Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs abbrennen. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Brennt ab. Brandte ab. Hat abgebrannt. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich brenne ab. Du brennst ab. Er brennt ab. Wir brennen ab. Ihr brennt ab. Sie brennen ab. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich brannte ab. Du branntest ab. Er brannte ab. Wir brannten ab. Ihr branntet ab. Sie brannten ab. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe abgebrannt. Du hast abgebrannt. Er hat abgebrannt. Wir haben abgebrannt. Ihr habt abgebrannt. Sie haben abgebrannt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich brenne ab. Du brennest ab. Er brenne ab. Wir brennen ab. Ihr brennet ab. Sie brennen ab. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich brennte ab. Du brenntest ab. Er brennte ab. Wir brennten ab. Ihr brenntet ab. Sie brennten ab. Den Schluss macht der Imperativ. Brenne ab du. Brennen ab wir. Brennt ab ihr. Brennen ab sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb abbrennen. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zzapp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Video, euer Team.